Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Heute schauen wir uns an, was ihr nach dem erreichen von Level 70 so alles tun könnt. Den wichtigsten Punkt gibt es heute allerdings vorweg von mir. Habt Spaß, genießt die Welt und lasst euch von niemandem sagen wie ihr zu spielen habt. Darum geht es nämlich in WoW. Wenn euch das Video gefällt, lasst uns doch super gerne direkt einen Daumen nach oben da. Freut uns auf jeden Fall sehr. Vielen lieben Dank und jetzt viel Spaß beim Video. Auf Level 70, also angekommen, könnt ihr so einige Dinge erleben. Fangen wir zugleich mal beim ersten Punkt an, welcher vor allem am meisten euren Geldbeutel belasten wird. Das Flugmount. In TBC benötigt ihr dieses umso manche Stellen wie zum Beispiel den World Boss Khazak oder die Instanzen im Netherstorm rund um die Festung der Stürme erreichen zu können. In letzterer genannte Instanzen, genauer gesagt in die Arkadras, müsst ihr sogar für eure Karazan Prequest. Das Mount sowie den Rideskill bekommt ihr bei den jeweiligen Fraktionsstätten im Schattenmondtal. Hier kostet das Skill für 60% fliegen 800 Gold sowie 100 Gold für das Mount und das epische Fliegen mit 280% kostet 5000 Gold sowie 200 Gold für das Mount. Ihr benötigt das normale Flugmount, um euch die epische Variante kaufen zu können. Einzig der Druide bekommt seine normale Flugform mit Level 68 kostenlos und kann diese einfach beim Trainer erlernen. Solltet ihr das Gold noch nicht haben, geht's ans Farmen. Dazu in einem späteren Punkt mehr. Nun könnt ihr dank Flugmount eure Karazan Prequest beenden. Wie wir ja schon in unserem Karazan Prequest Guide empfohlen haben, habt ihr bereits mit Level 68 die Quest begonnen und soweit abgeschlossen, dass ihr nur noch nach Arkadras müsst, um das dritte Fragment zu holen. Anschließend noch in die Instanz der Schwarze Morast, um die Reihe abzuschließen. Den Schwarzen Morast bzw. HDZ2 findet ihr in den Höhlen der Zeit. Um diese betreten zu können, müsst ihr im Vorfeld vor der Instanz eine 10-minütige Begleitfest erledigen sowie im Anschluss einmal HDZ1 bzw. Vorgebirge des alten Hügellandes einmal abschließen. Den kompletten Guide zu Karazan verlinken wir euch unten in der Videobeschreibung. In diesem erklären wir nur zwei Minuten, wie ihr die Vorquest meistern könnt. Alles klar, wir haben also unser Flugmount und die Karapree ist auch durch. Allerdings fehlt uns noch das passende Equipment. Aber wo kriegen wir das her? Einer der Möglichkeiten wäre durch Quests. In The Burning Crusade gibt es viele Items, welche ihr aus diversen Quests aus der Welt bzw. aus diversen Dungeons ganz gut für den Start in die ersten Rates gebrauchen könnt. Manche Items sind zudem relativ leicht zu bekommen. So genügt euch zum Beispiel bei der Quest der Wille des Kriegshäuptlings, welche in Thralmar bei der Horde bzw. in der Ehrenfeste bei der Allianz startet, das einmalige Klieren der zerschmetterten Hallen für eine dieser vier Items. Vor allem der Umhang könnte hier für viele Heiler ganz nett sein, speziell für Schamanen. Aber auch die Quest, die ultimative Beute, lässt euch sehr gute Ausrüstung bekommen. Besonders die drei Relikte für Heil-Druiden, Paladine und Schamanen können sich hier sehen lassen. Die Quest startet bei Hammet Nessingweary in Nagrand. Dort müsst ihr anschließend nur einen Gegner töten, das Quest-Item looten und schon kommt ihr an eure Beute. Hierzu werdet ihr allerdings eine Gruppe benötigen. Um hier jetzt nicht den Rahmen zu sprengen, bringen wir schon bald ein separates Video raus, in welchem wir euch die besten Quests mit starken Belohnungen raussuchen und im Detail erklären. Bleibt also gerne dran. In The Burning Crusade gibt es außerdem extrem starke Bein- und Equipped-Gegenstände oder im Deutschen beim Anziehen gebunden. Items also, welche von Spielern gefunden und verkauft werden können. Um hier ein paar Beispiele zu nennen. Die Robe des Purpur-Ordens ist für diverse Caster eine gute Brust, um die ersten Raids zu bestreiten. Aber auch die Brustplatte des raschen Angriffs für Jäger kann sich durch und durch sehen lassen. Ihr seht rechts im Vergleich mal die Level-70er-Dungeonset-Brust des Jägers. Für ein Item, welches man sich einfach mit Level 68 für Gold kaufen kann, recht sehenswert. Einen großen Gap-Beutel natürlich vorausgesetzt. Wenn ihr diesen habt und euer Geld nicht anderweitig investieren wollt, dann schaut doch gut und gerne mal im AH vorbei und haltet die Augen offen. Eine weitere Methode wäre natürlich das Grinden von Level 70er Instanzen auf der normalen Schwierigkeitsstufe. Macht das allerdings nur so lange, bis ihr den jeweiligen HC-Key habt bzw. euch von eurem Equipmentstand sicher genug fühlt, um die Instanzen zu bestreiten. Dort gibt es einfach besseren Loot. Zu den Heroic Instanzen kommen wir dann auch noch gleich im nächsten Punkt. In allen Level 70er-Dungeons, also den zerschmetterten Hallen, der Dampfkammer, den Sathak-Hallen, das Schatten-Labyrinth, Botanica-Mechaner und Arkatras sowie dem schwarzen Morast könnt ihr das Dungeon-Set 3 looten, welches für manche Klassen ein starkes Upgrade mit sich bringt. Dieses kann man ganz gut mit dem T0-Set aus Classic vergleichen, nur dass es teilweise etwas sinnvollere Stats hat. Zudem gibt es noch ein klassenunabhängiges Set für jeden Rüstungstyp. Vier Stück, also an der Zahl. Diese sind deutlich universeller. Wir verlinken euch das Set sowie die anderen vier Rüstungssets in der Beschreibung. Ab Burning Crusade kommen zudem die sogenannten Heroic Instanzen ins Spiel. In diesen bekommt ihr besseren und teilweise sogar epischen Loot sowie sogenannte Heroic Marken, auf welche wir gleich noch in einem anderen Punkt eingehen werden. Die HC-Dungeons sind für Level 70 ausgelegt und benötigen zusätzlich einen Eintrittsschlüssel. Den Schlüssel bekommt ihr ab der Rufstufe respektvoll von den jeweiligen Fraktionen. Für die Instanzen der Höllenfeuer-Zitadelle auf der Höllenfeuer-Halbinsel wäre das bei der Hoare Thralma und bei der Allianz die Ehrenfeste, für die Dungeons im Echsenkessel in den Zangermarschen die Expedition des Szenarios, im Mochinduon im Wald von Terakar beim unteren Viertel, in der Festung der Stürme im Netherstorm, bei Shatar sowie in den Höhlen der Zeit in Thanaris bei den Hütern der Zeit. Wir verlinken euch die Standorte aller Fraktionshändler in der Beschreibung, bei welchen ihr die HC-Skeys kaufen könnt. Wie werdet ihr nun aber respektvoll? Ihr könnt in allen genannten Gebieten in den jeweiligen Instanzen bis zur Rufstufe Wohlwollen spielen. Pro Dungeon Hub gibt es jedoch ein bis zwei Instanzen, welche darüber hinaus Ruf gewähren. Zum Beispiel die zerschmetterten Hallen in der Höllenfeuer-Zitadelle, die Dampfkammer im Echsenkessel, die Sethäk-Hallen sowie das Schatten-Labyrinth im Auchinduon oder jegliche Instanz in der Festung der Stürme im Netherstorm. Vergesst zudem nicht die Quests, welche ihr in den jeweiligen Gebieten machen könnt. Die Quests bringen ebenfalls noch einmal einen gewaltigen Ruf-Push mit sich. Viele Leute werden deswegen bis zur Rufstufe Wohlwollend nur Dungeons-Farmen und jegliche Quests erst anschließend erledigen, um den maximalen Ruf rauszuholen. Muss man aber natürlich mögen. Die jeweiligen Rufstufen bringen euch neben den Heroic Keys noch teilweise sehr gute Ausrüstungsgegenstände sowie diverse Muster, Pläne und allgemein Vorlagen für Berufe. Zudem ebenfalls ab respektvoll die Kopfverzauberung für die jeweilige Ausrichtung. Machen wir auch gleich weiter mit den vorher angesprochenen Heroic-Marken, besser bekannt als Abzeichen der Gerechtigkeit. Die Abzeichen sind eine neue Währung, mit welcher ihr euch spezielle epische PvE- und PvP-Items sowie weitere Verbrauchsmaterialien und Gems kaufen könnt. In den HC Instanzen lässt jeder Boss eine Marke fallen. Zudem kann man diese in gewissen HC-Daily-Quests erlangen. Unserer Meinung nach aber ein super System, da es jeden Spieler im Raid bzw. in der Fünferinstanz belohnt, auch wenn er kein Item bekommen hat. Schaut also mal bei den Händlern in Schadrat vorbei und macht euch selbst einen Überblick, was ihr euch am besten holen und kaufen wollt. Um entweder gutes Gold damit zu machen oder euch selbst starke Items zu bauen, solltet ihr eure Berufe auf 375 hochziehen. Die diversen epischen Sets der Schneider, das Schmuckstück des Alchemisten, die extrem starken Waffen und Rüstungen des Schmieds, die Ringverzauberung der Verzauberer, die Brillen der Ingenieure, die Steine der Juweliere oder auch die Trommeln der Lederer nur als Beispiel zu nennen. Jegliche Berufe im TBC haben grandiose Vorteile, vor allem mit den jeweiligen Spezialisierungen ab Level 68. So kann der Alchemist zum Beispiel mehrere Tränke und Elixiere auf einmal herstellen und das mit derselben Anzahl an Materialien oder der Schneider mit seinem Stoff-Cooldown jeweils zwei Stück Stoff. Selbst wenn ihr euch diese nicht selbst bauen wollt, könnt ihr massig Gold damit machen, vor allem am Anfang des Spiels. Auch wenn ihr nur den Cooldown verkauft und keine eigenen Materialien verwendet, ist das ein Einkommen, welches ihr nicht unterschätzen solltet. Dasselbe gilt natürlich für Alchemie und den Transmutationen. Bleiben wir auch gleich mal beim Gold. Wie wir alle wissen, kann man hier definitiv nie genug davon haben. Alleine das epische Fliegen kostet über 5000 Gold. Seid ihr zu dem Spieler, die schnell ihre Herstellungsberufe maximieren wollen oder auch so manche beim Anlegen gebundenen Items kaufen möchtet, kostet das einige Goldmünzen. Wie komme ich jetzt aber an Gold? Wir zählen euch hier mal einige Methoden im Schnelldurchlauf auf. Auch hierfür wird es aber noch ein separates Video geben. Questen. Auf Level 70 Quests zu erledigen, bringt mehr Gold, da ihr statt der XP vergütet werdet. Zudem könnt ihr gleichzeitig bei den Fraktionen die Quests erledigen, bei denen euch noch der Ruf auf Respektvoll für die jeweilige HC Instanzen fehlt. So gesehen eine Win-Win-Situation. Auch Herstellungsberufe und die genannten Cooldowns können euch einiges einbringen, aber auch bedeutungslosere Items, wie zum Beispiel die Netherstoff 16er Tasche, werden am Anfang weggehen wie warme Semmeln. Schaut euch einfach mal genau um, was ihr aus euren Herstellungsberufen machen könnt. Bei den Sammelberufen natürlich dasselbe. Jeder Spieler benötigt vor allem am Anfang etliche Ressourcen, um seine Berufe zu pushen. Die meisten geldgesegneten Leute werden da aufs Auktionshaus zurückgreifen. Eine weitere Möglichkeit wäre es, die Ruf-Items für Aldor und Seher zu farmen. Dort gibt es nämlich neben guten Vorlagen für Berufe und Items, die sich sehen lassen können, die einzigen Schulterverzauberungen in TBC. Jeder Min-Maxi wird also versuchen den Ruf so schnell es geht zu pushen. Eine andere Methode wäre es, die jeweiligen Ressourcen für die Berufe zu farmen. Hier bietet sich vor allem Ur-Mana, Urfeuer, Urluft, Ur-Erde, Urwasser und Ur-Schatten an. Diese könnt ihr in Form von Partikel, von diversen Mobs, wie zum Beispiel den Elementaren auf dem Elementarplateau in Nagrand oder anderen Wesen in der Scherbenwelt farmen. Auch wenn es hier vermutlich meistens sehr überlaufen sein wird. In TBC kamen zudem die Daily Quests ins Spiel. Ebenfalls eine gute Methode, um an das ein oder andere Goldstück zu kommen, wo wir auch gleich beim nächsten Punkt wären. Wie erwähnt kommen die Daily Quests mit The Burning Crusade ins Spiel und hiervon gibt es tonnenweise. HC-Dungeon-Quests, Fraktions-Quests, diverse Beruf- sowie PvP-Dailies. Die Dungeon-Dailies findet ihr zum Beispiel in Shadrat im unteren Viertel. Für beide Varianten findet ihr dort einen NPC samt Hologram, der euch schon mal ohne die Quest anzunehmen zeigt, wohin es gehen wird. Bei der Heroic-Version bekommt ihr neben Gold, Ruf beim Konsortium sowie Ruf bei der jeweiligen Fraktion der Quests noch weitere Abzeichen der Gerechtigkeit. Außerdem gibt es noch Daily Quest-Gebiete, wie zum Beispiel die Shatari in den Wäldern von Terrorcar, bei der es auf ehrfürchtig den Netherrochen als Mount gibt, die Ogrilla in Shergrad, bei denen ihr neben Gold und Ruf noch andere nette Items bekommen könnt, sowie das Daily Quest-Gebiet der Offensive der zerschmetterten Sonne auf der Insel von Keldanas. Die genannten Gebiete werden allerdings sehr wahrscheinlich erst mit den kommenden Phasen ins Spiel kommen und nicht von Beginn an im Spiel sein. Solltet ihr es auf einen der Drachen der Nether-Schwingen abgesehen haben, benötigt ihr neben dem epischen Flugskill noch einiges an Geduld und Willensstärke. Um den Ruf bei den Nether-Schwingen im Schattenmondteil zu steigern, ist nämlich einiges an Zeit von Nöten. Dafür bekommt man allerdings auch ein extrem schickes Flugmount, welches ihr auch schon im Hintergrund sehen könnt. Vergessen dürfen wir natürlich nicht die Dailies rund um die Berufe, besser gesagt Kochen und Fischen. Diese gibt es ebenfalls im unteren Viertel in Shatrat. Als Belohnung gibt es neben Ruf tolle Rezepte, Items sowie etwas Gold. Last but not least die täglichen PvP-Quests. Diese unterscheiden sich in Schlachtfeld und World-Pvp-Aufgaben. Die Schlachtfeld-Dailies gibt es, wie hätte man es anders erwartet, ebenfalls im unteren Viertel, dort wo man sich auch für die BGs anmelden kann. Hier müsst ihr ein zufälliges ausgewähltes Schlachtfeld gewinnen, anschließend gibt es dann neben Gold ein paar Ehrenpunkte. Die World-Pvp-Quests finden in einer der vier World-Pvp-Zonen statt. Nagrand, Teraka, der Höllenfeuerhalbinsel sowie den Zangarmarschen. In Nagrand müsst ihr zum Beispiel zehn Spieler der gegnerischen Fraktion in der Nähe von Halal töten. In den Wäldern von Teraka müsst ihr Geistertürme erobern, auf der Höllenfeuerhalbinsel alle drei PvP-Gebäude einnehmen sowie in den Zangarmarschen die Herrschaft der Zwillingsspitze übernehmen. Als Belohnung gibt es hier neben Zonen-Buffs wie 5% erhöhten Schaden oder Erfahrung diverse andere Items oder Vorteile für die jeweilige Fraktion. Wer sich das Ganze rund um die Belohnungen und weitere Benefits im Detail anschauen will, findet die passenden Links in der Beschreibung. Überlegt euch wann und ob ihr umskillen wollt. Viele der Klassen leveln in einer ganz anderen Skillung, wie sie später im Endgame spielen werden. Nehmen wir den Priester. Ihr seid gerade auf 70 angekommen und habt von 60 bis 70 entspannt als Shadow Priest gelevelt und habt diese Skillung nach wie vor. Was ihr allerdings wisst, ist, dass ihr in den kommenden Raids definitiv heilen wollt. Man skillt ihr also am besten um. Überlegt euch gut, ob ihr nicht im Vorfeld noch die ganzen Quests in den anderen Zonen als Shadow machen wollt, und vielleicht sogar das ein oder andere Mob für gewisse Items grinden möchtet. Zum Beispiel der Grind für die jeweiligen Partikel auf dem Elementarplateau. Normale Instanzen könnt ihr auch als Shadow mit diversen Heil-Items, welche ihr auf dem Weg nach 70 mitgenommen habt, relativ entspannt heilen. Die richtige Gruppe natürlich vorausgesetzt. Ihr wisst, auf was wir hinaus wollen. Macht euch Gedanken und skillt erst eure Raidskillung, wenn ihr meint, dass ihr alles andere erstmal so weit erledigt habt. Zurückskillen kann man aber natürlich im Zweifelsfall immer noch. Eine andere Möglichkeit, jede Menge Spaß zu haben und an gutes Gear zu kommen, wäre der Weg über PvP. Mit The Burning Crusade, genauer gesagt mit dem Pre-Patch, wurde das alte Ranking-System abgeschafft. Ab dann könnt ihr PvP-Ausrüstung gegen Ehrenpunkte und Abzeichen der jeweiligen BGs erwerben. So habt ihr die Möglichkeit, ohne Stammgruppe und ohne monatelangem Grind an allgemein ganz gutes PvP-Equipment zu kommen. Ein paar der Items sind ebenfalls ganz gut in den Rates zu gebrauchen. Vor allem, wenn man noch nichts besseres hat. Manche Klassen, wie zum Beispiel der Feral Tank, können zum Start sogar weit mehr als nur ein paar Teile benötigen, da die viele Ausdauer samt der hohen Rüstungswert ihnen sehr entgegenkommt. Zudem habt ihr die Möglichkeit, 2 gegen 2, 3 gegen 3 oder auch 5 gegen 5 Arena zu spielen. Dafür bekommt ihr dann einmal pro Woche, je nach Höhe eures Ratings, sogenannte Arena-Punkte. Fassen wir aber nochmal die wichtigsten Punkte über die Arena im Schnelldurchlauf zu sammeln. Es wird insgesamt 4 Arena-Seasons geben. Euer Arena-Team könnt ihr in Nagrand beim Ring der Prüfung kaufen. Hier kostet das 2 gegen 2 Team 80 Gold, das 3 gegen 3 Team 120, sowie das 5 gegen 5 Team 200 Gold. Ihr könnt nur in einem Team pro Bracket sein. Im Team können sich doppelt so viele Spieler befinden, wie für das Match zugelassen. In einem 2er-Team demnach 4 Leute, in einem 3er-Team 6 und in einem 5er-Team 10 Leute. Alle Teams starten bei einer Teamwertung von 0. Bereits in Season 1 werden die Waffen sowie die Schultern für den Kauf zusätzlich eine bestimmte persönliche Wertung voraussetzen. Man merkt also, es gibt ein Team-Rating sowie ein persönliches Rating. Das persönliche Rating müsst ihr allerdings nur einmal erreichen. Solltet ihr wieder drunter fallen, könnt ihr die Items trotzdem noch tragen. Ihr benötigt zudem keine bestimmte persönliche Wertung, wenn ihr euch die Ausrüstung aus vergangenen Season kaufen wollt. Um Arena-Punkte zu erhalten, muss euer Team mindestens 10 Partien in der Woche absolviert haben. Zudem muss euer Charakter an mindestens 30% der Partien teilgenommen haben. Eure persönliche Wertung darf nicht weiter als 150 Punkte von eurer Teamwertung entfernt sein. Für die besten Spieler am Ende der Season gibt es dann einen einzigartigen Titel sowie für die Besten der Besten, genauer gesagt für die 0,5% der am höchsten bewertetesten Spieler, neben einem Gladiator-Titel noch den 310% schnellen Nether-Drachen on top. Definitiv einer der seltensten Flugmauern zum Spiel. In Season 1 gibt es außerdem den Titel Infernal Gladiator zu ergattern, das allerdings nur für die Rank-1-Spieler. Ihr müsst insgesamt 50 Partien innerhalb einer Season spielen, um euch für die saisonalen Belohnungen zu qualifizieren. Zum Schluss noch ein paar allgemeine Dinge. Farmt zum Beispiel den Ruf für Aldo oder Seah, da ihr dort an gute Verzauberungen, Items und Rezepte kommt. Ruf-Push-Guides für beide Parteien findet ihr in der Beschreibung. Installiert euch passende Add-ons wie zum Beispiel Deadly Boss Mode zum Raiden oder stellt allgemein euer Interface ein. Zudem gibt es natürlich noch diverse PvP-Add-ons, welche euch das Leben erleichtern könnten. Abgesehen davon könnt ihr zudem die Pre-Quest für Arkatras oder die zerschmetterten Hallen machen. Dadurch macht ihr euch auf jeden Fall bei allen Mitspielern beliebt, da nur einer der Gruppe den Schlüssel benötigt. Wo diese beginnen und wie die Quests heißen, findet ihr ebenfalls in der Beschreibung. Wenn euch das Video gefallen hat, schreibt uns doch gerne einen Kommentar und lasst einen Daumen sowie ein Abo da. Freut uns auf jeden Fall sehr. In diesem Sinne viel Spaß auf Level 70 und immer genügend Mana-Tränke mitnehmen. Man weiß ja nie.